Are you aware that cannabis can help save our climate? Though not by smoking it. It can be used to build houses like these the world over. But what are the advantages to building with hemp? Da komme ich manchmal ins Schwitzen, weil er hat so viele Vorteile. Cannabis könnte nicht der Welt helfen, den Klimawandel zu bekämpfen, sondern es wird der Welt helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Just how this plant can do its part for the climate and be used to build houses is what you'll find out now. This is what many of the world's cities look like. Lots of concrete buildings. Concrete is robust, relatively cheap and highly versatile. The problem is that making it consumes lots of energy and is causing about 8% of global CO2 emissions. Beton, Stahlbeton, is super stabil, dämmt aber überhaupt nicht gut. And is in meiner Ansicht nach auch im Hausbau eigentlich fehl am Platz. Stahlbeton, das brauchen wir für Brücken, für die Infrastruktur. Da macht es Sinn, um schwere Lasten zu tragen. For some years now, civil engineer Henrik Pauli has been exploring hemp as a building material. It grows rapidly and almost anywhere, like here in the German state of Hessen. And it stores huge amounts of carbon dioxide. Der Hanf, den ich anbaue, das ist ein reiner Nutzhanf, der zur Körnergewinnung dient. Und den kann man nicht als Droge verwenden, weil der THC-Gehalt in den Sorten so gering ist, dass er nicht als Droge verwendbar ist. Also wir sind jetzt hier auf einem Hanffeld. Und auf diesem Hanffeld sehen wir den Baustoff, den wir auch nutzen wollen. Ich ziehe mal eine Pflanze raus, dann sehen wir hier den ganzen Stängel. Man sieht auch, dass der fast astlos ist, der Stängel, also sehr gerade wächst und sehr gleichmäßig wächst. Und das ist auch als Baustoff sehr interessant, weil der wird dann gebrochen nach der Röste und aufgeschlossen. Und das ist das, was wir als Baustoff nutzen, den holzigen Kern der Hanfpflanze für die Hanfschäben, für den Hanfkalk und die Fasern als Dämmstoff. All of which is being used in this house. This old stable on a manor farm is being converted into two apartments. The hemp herds, the coarse parts of the hemp fibers, are mixed with water. Lime is added to serve as an adhesive and a blend of minerals to enhance the hardening process. Also die Vorteile von dem Hanfkalk als Baustoff sind, er ist CO2 negativ, er dämmt sehr gut, speichert gleichzeitig die Wärme gut. Er ist sehr gut, was den Thema Brandschutz angeht, weil er schwer entflammbar ist. Und er nimmt sehr gut Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Also feuchtigkeitsregulierend. Und dann rufe ich immer, wenn die Mischung fertig ist, ganz laut Material, damit jeder weiß auf der Baustelle, oh, jetzt geht das los. Hempcrete kann be built into walls in various ways, for example by pouring it into molds in layers, tamping it down and letting it dry, or as prefabricated hemp blocks. But a house still can't be built entirely of hemp. It needs a supporting frame. Es ist immer eine Abwägung von Materialeigenschaften. Was brauche ich und welches Material, welcher Baustoff kann mir diese Eigenschaften erfüllen. So why is it that, given all its positive qualities, hemp isn't used more often in construction? For one, it still costs 10-20% more than conventional materials. There are other reasons too. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg Cannabis als Droge, Haschisch, Marihuana, die berühmten Rauschmittel, die weichen Drogen, verboten. Und damit uns auch die wichtigste Nutzpflanze des Menschen weggenommen. Die war Beifang für die Jagd auf Cannabiskonsumenten. Steffen Geyer ist der Direktor des Hanf-Museums Berlin. Das ist der Ort, um die Verwendungen, die die Menschen für Hemp gefunden haben, in den letzten Jahrzehnten. Nicht nur für Bildung, aber auch für Kleidung. Auf Schäden und Böden. In Medizin. Und natürlich auch für Recreation. Unsere Urgroßeltern hätten sich in diesem Museum nicht einmal gewundert. Die hätten gesagt, warum erzählt ihr so viele Banalitäten? Es ist doch jedem klar, dass man mit Hanf baut und so weiter und so fort. Germany legalized planting industrial hemp in 96. But many people still associate cannabis with only one thing. Ich habe da sehr viel mit den Kifferklischees zu tun. Und ich finde es eigentlich gar nicht schlimm, weil Hanf ist auch eine sehr wertvolle Medizin. Und klar, es ist auch ein Rauschmittel. Und das zeigt einfach, wie super vielseitig der Hanf ist. Die einen berauschen sich damit, die anderen berauschen sich damit, weil sie einen wunderschönen Wohnraum haben, der einfach super wohnbehaglich ist. Henrik is hoping more people will start using hemp materials to build their houses and to advance construction technology. Was ich jetzt gemacht habe, und das ist auch meine Motivation, das auf eine professionelle Ebene zu bringen und in die breite Masse zu bringen. Dass wir wirklich auch große Gebäude, auch Mehrfamilienhäuser, vielleicht sogar Wolkenkratzer mit Hanf bauen können. Das ist wie Cannabis kann helfen, die konstruktion zu machen. Und helfen die Klima. Die Klima. Wenn Sie die Welt wieder wieder herkes wissen können. Untertitelung des ZDF, 2020